ja, da haben wir natürlich halt sowas dummes gewonnen ok, ähm, black kurzen Antwort äh, was ist denn eigentlich so? ich glaub, Leute wissen schon was ich vor, oder? es wird so schick gehen, ich sag's, was ist, was ist denn die Das würde ich auch beizt gerne ankommen. Übelst hässlicher Ratsenkohl, oder? Dark... Ne... ...Hon... 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 ...Hon! ...Hon... Es sie kein Inversen, wie man so 1,2,3... ...1,2,3,4 passt perfekt, so... ...Wenn Leute irgendwas mit Tor machen oder so, wie ich die alle kenne... Ey, ist das schlecht. Ach so, ein Hammerjahr, okay. Ich war gerade irgendwie verwirrt, was das für ein Gebäude ist. Ähm, was verstehe ich das aber nicht, oder? Ja, nee. Was? Ist das gut okay? Oh, sieht gut aus. Ich erkenne es. Perfekt, Digga, aber Hammer. Oh mein Gott, ist das hier. Das ist auch der Indestructible Hammer, einmal mit Bad Rock. Ah, nicht mal gefährlich, jetzt. Der hat ein paar Hammer gebaut, ja. Okay. Oh, da ist es nicht wunderbar, wenn ich jetzt irgendwie die letzte Welt so... Das ist gut. Oh. Warum nicht, der Portal? Ist das ein Hammer oder ein Mensch? Irgendwie erkenne ich da keinen Hammer, jeder bringt oder bin ich dumm. Das hat gewonnen. Jetzt kommt mir. Ich bin Zweiter. Wie hat das die... Ich meine, das ist cool und so, aber... Ich bin Zweiter geworden, mit beiden Drecksgebilden da. Eine Menge Fantasie. Das muss man sich auch erstmal gönnen, ne? Also... Also... Sag er mal... Äh... Let's go! Was haben wir hier? Wasserfall, Kohle, Baby, Nagel, Boxring. Äh... Ja, gut. Ich hab gar nichts gewählt, ist auch in Ordnung. I love it. Ach, ja, kommt wieder die schwundhübsche Musik an der Zeit. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. I love it. Earth? Ne, wenn ich jetzt nicht so gut heißt, das ist... Grass! Bin dumm. Und Zeitbau, ich werde auch noch. Aber wir machen mal so... So weich sind halt. Das ist viel zu groß. Das wird sich niemals im Leben ausgehen. Was machst du hier? Also ehrlich zu sein, hab ich keinen Plan, was ich mache, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Also ehrlich zu sein. Also wer meint sich nicht Plätze wird, dann finde ich... Also ich hab ja sicher... Das Ding ist einfach viel zu groß geworden. Also in diesen 5 Minuten, wenn ich das niemals schaffen soll... Äh, können. So, ich weiß nicht. Großartig. Traumhaft. Einfach nur fucking traumhaft. Also ich hab mir eigentlich so... Vielleicht hat mir... Vielleicht hat jemand das gemacht, was ich machen wollte, aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach auf so vielen Ebenen jetzt gerade nicht funktioniert. Das ist nicht verfassbar, was damit funktioniert hat. Also in einer halben Minute, das, was ich machen wollte, zu erreichen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Also wenn das irgendwie ansatzweise gut ist, dann... Also es ist einfach nur traumhaft. Also es ist einfach nur traumhaft. Also der Hauptfehler war vermutlich, er war das nicht... Also da wollte ich noch mehr machen, aber das geht sich jetzt einfach hinten und vorne nicht aus. Meins ist aber nur hässliches Arzt. Ja, ich werde letzter. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde letzter. Das ist halt nicht besser als vorher. Das ist okay. Sogar das ist geil. Wobei... Eigentlich... Ja... Das ist nicht meins. Ich glaube, das ist gerade meins, aber das ist... Also selbst das ist besser gemacht als meins. Oh mein Gott! Okay, was zum Glück ist das? Was zum Glück ist das denn, Alter? Ich glaube, ich bin natürlich nicht beschwört, weil meins ist einfach akkultiv hässlich und so, aber es ist einfach nur ein Schrein, liebe. Alter, aber was hässliches kann man sich einfach nicht vorstellen, Bruder. Ja, selbst das ist... In Ordnung. Doch 1000 mal besser als das, was ich jemals gemacht habe. Digger, das ist ja wunderschön. Meine Augen, die bluten vor Freude. Ja, das ist sehr... Sehr... Okay. Okay, was zum... Was ist hier passiert? Also das ist... Alles klar, Bruder. Das ist sehr gemittelt. Alles klar, das ist... Meine Platzierung ist Platz 7. Und nicht mein letzter. Das ist das eine Art Roll für meine... Alter, was? Ja, zumindest nicht letzter. Ist doch auch ein Chief mit, oder? Oder? Ja, zumindest nicht letzter. Vielen Dank.